Sag noch mal kurz einen Sprechtest. Einen Sprechtest, ja. Schöne Engelbox, gefällt mir gut. Auch das Licht hast du schön eingerichtet. Geht's los jetzt? Unser Endspiel war unglaublich emotional. Das war wahnsinnig emotional. Wir wussten, das ist echt unsere Verabschiedung von unseren Fans. Bei dieser Show war ich die ganze Show nervös. Das war ein unglaublich geiles Konzert. Ich sah Leute mit Tränen in den Augen in den ersten Reihen, wo ich mir echt denke, krass. Und das berührt mich dann natürlich wiederum auch sehr. Ich werde mich mein ganzes Leben daran erinnern. Es ist auch schön, dass es diese DVD gibt. Ich bin da schon mit有人 다 interfaces��릴. Ich Armenian. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da.